Ja gut, wer geht vor diesmal? Ja, mach du. Vorher war ich hier. Du hast ein bisschen einen kleinen Vorteil. Weißt du, die drei, die ganzen Gebäude sind das hier. Wow. Mal ganz links außen. Oh, das sind noch zwei. Muss mich heilen. Das könnte ziviles gewesen sein. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass da gleich zwei so offen stehen. Ich ist ehrlich. Ich weiß nicht, ob der eine nicht zivil war. Ganz hinten irgendwo noch. Oh. Fuck. Muss die Blutung stoppen. Ja. Ab in. Das ist aber jetzt zu schnell. Ich glaube ich glaube das war ein Zivilist. Keine Waffe. Oh ja. Keine Waffe. Oder liegt die drunter. Oh ja, die hat eine Waffe. Sehr stark. Ach. Secured. Sehr geil. Da war ich mir jetzt nämlich nicht sicher. Mach da mal zu. Hat man eigentlich auch so einen Laser drauf? Oder so? Licht? Kannst du machen das, ja. Ich habe eine Taschlampe oben zum Beispiel. Ah ok. Ich stecke dich ab. Schau dich ab. Schau dich ab. Schau dich ab. Schau dich ab. Oh, mein schau. Schau dich ab. Die Schlüssel in der Kustigung. Schau dich ab. Da ist ein Toto. Ja, ich würde da rauf gehen. Da ist einer. Warte. Ok. Sorry, aber da ist einer. Na ja, aber schon. Wenn ich ein bisschen leuchte, vielleicht ziehst du ihn ab. Deine Waffe. Deine Waffe. Aufpassen. Sehr schön. Wichser, Alter. Aber hast du gesehen, er zögert. Entweder lass die Waffe fallen oder fang dann zu schießen. Aber es war gut gesehen. Das habe ich jetzt nicht gesehen, ganz. Ich habe gesehen, er hat was in der Hand und meistens, wenn sie was in der Hand haben, ist das zu. Wenn wir du willst, können wir jetzt wieder zurückgehen, aber ich habe eben einen Dreh. Nein, dann gehen wir da durch, gleich. Deswegen habe ich... Ich wollte jetzt nicht deine Entschädung überrollen. Nein, das war sehr gut, ich sehe. Das Herr wäre vielleicht rausgelaufen und hält uns von hinten. Mhm. Wir sind gerade wie ein Labyrinth hier. Ja. Starrett Laserbeut, Licht wäre da echt genial. Hast du keinen so drauf gemacht? Nein. Was hast du oben? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Kein Licht. Hat sich irgendwas anders aufgemacht? Oh, ich bin jetzt irgendwo, was hell ist. Oh, Alter. Sorry. Na la, Alter. Ah, da kommen sogar oben raus. Na da an. Ich glaube überall waren wir da jetzt noch nicht drin, oder? In den Häusern waren wir noch gar nicht drin. Ich wollte jetzt erstmal nach unten rum gehen. Dem... Gärt'n bissl sichern. Am Pool, wenn du willst. Da rechts habe ich was gehört. Da ist die Tür offen auf jeden Fall. Da ist einer drin. Da hat eine Waffe. Ja. Kannst du auch durch Wände, bitte, probieren zu schießen. Da ist... Siehst du mal ein Licht eigentlich? Ja, ja. Wir haben viel Spaß beim Reigen. Oh mein Gott. Komm raus. Notfalls. Ich habe jetzt nämlich keine Orientierung von wo das kam. Ich habe ihn schon. Achso. Aber du siehst wie das jetzt klingt. Da haben jetzt... Bumm, 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 bumm. Das ist eben. Weil das vier Leute gleichzeitig da machen, wenn du mit dem Computer herum gehst. Dann kennst du dich überhaupt nicht mehr aus. Ich glaube da ist aber so ein Labor, ja. Roger Entry Team. Notifying Medical. Ich gehe mal da warten. Ja. Muss ich schauen wo man da das Licht drauf gibt. Ja, ja auch in der Ausrüstungskammer. Aber das ist echt hilfreich. Du kannst Laser, Licht und... Ich sehe jetzt nicht was das dritte mal ist. Aber wenn du kein Laser hast, musst du das dritte haben. Aber siehst du das dritte dann? Ich weiß es ist wirklich nicht. Ist das dasselbe wie vorhin? Ja. Halber Raum oder? Ja. Könnte man nur rauf gehen da? Ja. Ja. Oder da ist auch noch eine Tür. Okay. Leerer Raum. Passt. Ich habe es so gemacht, dass wir wissen. Ich meine da vorne ist auch noch eine Tür. Da war es die Eingangstür. Okay. Ich würde sagen, er hat einen Schrot gehabt. Damit er da hängt. Der kniet vor Gott. Geht er mal rein? Ja. Sicher. Warte mal, da liegt was. Schon. Mäffel abbauen. Sehr schön. Warte kurz. Dahinter ist eine, die keine Waffe hat. Ja, passt. Ich gehe nach rechts sicher. Rechts ist sicher. Ich höre aber was. Du kannst mich hier nicht einfach so machen. Geht um zu sprechen. Wir haben zwei Räumen. Im letzten Raum, auf der linken Seite ist einer. Aber ich sehe ihn nicht ganz. Ich sehe nur einen Arm. Geh mal eins weiter. Reagier doch nicht. Reagier nicht. Ich glaube, er schaut aus wie ein Chemiker. Er hat eine Maske auf, glaube ich. Wow. Ich weiß nicht, wo das jetzt herkam. Da geht es in einen anderen Raum rüber. Der hat eine Waffe gehabt. Der hat sich aber nicht verhaften lassen. Bei mir gibt es noch einen Dachboden. Ja. Komme. Sorry, aber der hat sich nicht festnehmen lassen jetzt. Ist ja okay. Dann. Aber du hättest es jetzt probieren können. Bei den Bandschießen. Ja, stimmt. Verdammt. Wenn er schon so starr da steht. Ich sage ja, manchmal sind sie in der Reaktion echt lustig. Also lustig. Stepper da, der ohne Licht ist da. Ja, aber Nachtsicht auch noch. Nicht so doppelt. Weiß gar nichts. Außer Julius. Zieh da. Da ist die Treppe. Die Treppe. Pepepepe. So, da geht's. Da geht's weiter. Genau, das ist das, wo wir drüben waren. Da gibt's auch ein paar rüber. Ich geh mal auch wieder grad rein. Achso, da geht's hier nicht. Oh, da geht's hier nicht. Ah, da war ich schon. Wow. Du bist schon nicht gefahren. Habe ich. Danke. Tom, sei ja, weißt du, das war jetzt zum Beispiel, wenn du da rein rennst, wärst du tot gewesen zum Beispiel, weil du nicht so schnell raus rennen kannst. Ja. Deswegen finde ich diese, ich finde die Steuerung im Spiel, also im Hauptmenü macht es natürlich wuschig so, wenn du irgendwo hingehst, aber so während dem Gefecht, sag ich jetzt einmal, ich glaube da ist nichts, ich glaube das ist die von der anderen Seite. Okay. Na, während dem Gefecht macht es Sinn, macht es echt Sinn, das merke ich jetzt. Du kannst ja noch ein Stück langsamer gehen, auch im Stehen, wenn du das über Stringen hältst, die Taste. Ja. Kannst du so wirklich nochmal minimal. Ich habe da einen Raum, ich gehe da mal ran rechts. Oh, bei mir. Ja. Das lernt man. Man lernt es halt ein bisschen durch die Wand auch zu schießen, weil es eine Kugel hittet, weil die schießt man auch durch die Wände. Da ist auf jeden Fall falsches Geld, habe ich gefunden. Ja, das war's. Okay. Weil es gibt immer auch so neben Dinge, die du finden könntest. Wir stehen jetzt nicht auf unserer Agenda eigentlich, aber kann man zusätzlich finden und gibt dann noch zusätzlich Punkte. Da drin ist sicher das Labor dann. Ah, da ist das MEV-Verstöck. Ja. Ja. Achso. Das war jetzt aber mein Einhaus. Was? Das ist schon das zweite. Wir sind ja schon rüber gegangen. Achso. Ist der oder ich bin schon angegangen? Oida, da ist ein Kind. Bitte? Das Kind. Oida. Du bist auf die Weise wieder. Das ist ja sicher, dass die Musik investiert. Die Musik über die Musik gut ist. Die Musik wird aber auch. Die Musik wird es einfach, D Holger zurückgebucht. Das ist ja klar. Da waren wir noch nicht. Man. Okay, dann mal den Gang lang. Ein bisschen drühen. Da war ich grad drin. Da war ich grad drin. Da ist der Zivilist. Ah okay. Okay, da geht's raus in den Garten. Das ist die andere Richtung. Aber da kommen wir. Ja, aber da war noch eine Tür oder? Ja. 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 Achso. Stopp. Da war nichts runter. Da hab ich vorhin durchgespielt. Ja. Ah, wo ist das? Was ist das? Das ist ein TV-Decard. Was ist das? Hände auf! Schau auf! Bist du in der Stadt, auf deinen verdammten Knochen? Du bist dauernd, oder? Der hängt viel aus. Ich hab ja nur den Zivilisten gesehen und... und dann auf einmal... den hab ich gesehen. Ich hab jetzt probiert, oder? Ich hab ihm drei Schüsse ins Bein gegeben und nichts passiert. Also schon blutig, aber... Welche Munition hast du mit Wasser? Entschuldigung. Wie viel? Welche? Es gibt ja auch leichte Munition, starke Munition. Wenn du mir sagst, wie das... wo man das sieht, dann... Bei der Ausrüstung dann. Achso, nicht hier. Na, ich mein, du kannst... Wenn du... wenn du... R gedrückt hältst, was steht auf der Munitionsart drauf? AP. Okay, dann hast du wirklich stark, also ich. So, okay. Ähm, was fehlt denn jetzt noch? Alle Zivilisten und das Chaos. Das heißt, irgendwas haben wir vergessen. Achso, vielleicht waren wir... Hm. Wo waren wir denn jetzt nicht? Irgendwo waren wir, glaube ich, noch nicht. Ich brauche mal kurz die Karte. Das ist halt jetzt überhaupt nicht, wo wir sind. Ist das noch eine Tür? Dass wir in dem Tunnelsystem irgendwas vergessen haben? Hm. Oder einmal falsch abgebogen sind und... eigentlich noch weiter geht? Das könnte natürlich sein. Das könnte natürlich sein. Es ist die Frage, wo die Tunnelsysteme waren. Draußen im Garten. Oder Garage. Alle Zivilisten und die Jungs. Gerne ein Haus waren wir noch nicht drüber. Oder gehört DAS da nicht dazu? Wir sind da, genau. Die Befähigkeit! 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 drin. Wo wir reingegangen sind. Ganz am Anfang. Unten. Das ist Fischhutappen. Was ist mit ihm? Krankes war. Da ist er jetzt voll auf mich losgestimmt. Ich weiß es nicht genau, wo du bist. Scheißkerl, oder? So. Zivilisten müssen wir noch suchen. Waren wir da schon ganz oben? Aber ich bin jetzt beim Tunnel-System. Jetzt suchen wir nochmal die Häuser ab. Ich geh mal ins ganz linke Haus nochmal. Und such da mal alles durch nochmal. Irgendwo haben wir einen vergessen. Geh runter! Ich will die Hände sehen! Das ist das einzige was ich auch bitte als Kritikpunkt. Ein Zivilist oder ein... Zivilist. Sonst fehlt uns ja nichts mehr. Sonst muss man durch. Ja. Was meinst du mit Kritikpunkt? Zum Beispiel jetzt ist ja alles beseitigt. Das ganze Chaos. Das heißt, warum müssen wir jetzt noch den Zivilisten finden? Und eben sehen was wir immer. Das sind noch zwei Räume, die wir gar nicht durchschütteln. Dann gehen wir auf dem Boden. Machen wir die Hände. Sieh die Hände! Get down auf die Hände! Die Hände auf die Hände! Die Hände auf die Hände! Die Hände auf die Hände! Ich habe noch einen gefunden, um zu wissen. Oh, da hat er mich geschlagen. Zum Beispiel, da hat er sich jetzt auch nicht verhaften lassen. Da hat er mich geschlagen. Ich habe einmal in die Luft geschossen und er hat die Hände in die Hüge geschlagen. Ah, das war die letzte. Ah, okay. Ah, ich glaube, das war nicht schlecht für das so eine große Dings. Gleich im ersten Anlauf. Jetzt ist er da. Evidently secured. Wir haben drei von vierzehn gefunden. Bestimmt, nicht viel. Also das Kind, das Geld und noch irgendwas haben wir gefunden. Auf vierzehn Sachen noch, bestimmt. Egalatisch. Egalatisch. Aber jetzt ist es interessant. Also das ist zer-in-de prova.